Die Schweißbehandlung führen wir hier sowohl bei Männern sehr häufig durch, aber auch bei Frauen. Und die Behandlung erfolgt in diesen kleinen Quadraten, die ich hier anzeichne. Sollte immer von einem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie durchgeführt werden, weil es halt eben auch hier in diesem Bereich, im Armbereich, einen Plexus gibt und Nervengefäßverläufer hier stattfinden. Wenn man das in dieser einfachen Art durchführt, sieht man hier keine Spuren von einer Behandlung und man hat sofort ein Ergebnis und die Patientin kennt das bereits und freut sich darüber.